b redet das infotainment magazin mit christian becker heute tauchen wir ein in ein forschungsfeld das vielleicht im ersten augenblick schwierig zu verknüpfen ist für uns laien jedenfalls ki und gehirnforschung eine spannende schnittstelle in einer zeit in der die technologie und wissenschaft sich rasant verändert und weiterentwickelt stehen wir noch gefühlt an der schwelle zu tiefgreifenden möglichen veränderungen in unserem alltag heute werden wir einen genaueren blick darauf werfen wie erkenntnisse aus der hirnforschung die entwicklung von ki systemen inspirieren und wie diese wiederum unser verständnis des gehirns vielleicht revolutionieren könnte bereit für eine reise in unser gehirn und eine mögliche symbiose mit ki physiker und neurowissenschaftler patrick raus ist heute unser reiseführer in ein wirklich sehr spannendes themenfeld auf den punkt gebracht mit infos gästen und analysen für dich das gibt es in dieser folge es gibt ein zitat von marvin minsky amerikanischer forscher im bereich der künstlichen intelligenz der einmal sagte zitat es gibt nicht den geringsten grund daran zu zweifeln dass gehirne nichts anderes sind als maschinen mit einer riesigen anzahl von teilen die in perfekter abstimmung mit den gesetzen der physik funktionieren ja was sind wir denn jetzt sind wir jetzt maschinen mit emotionen und eigenem willen patrick raus neurowissenschaftler und physiker ja gut ich meine aus naturwissenschaftlicher sicht betrachtet gelten natürlich die naturgesetze und die werden natürlich durch die physik in allererster näherung beschrieben und es gibt zunächst mal keinen grund daran zu zweifeln dass sich auch das menschliche gehirn im rahmen der naturwissenschaften vollständig beschreiben lässt und das darauf spielt dieses zitat an dass im grunde ist damit gemeint dass das gehirn ein evolutionär sehr hoch entwickeltes informationsverarbeitungssystem ist und das spricht aber gar nicht der tatsache ab dass wir emotionen haben oder gefühle oder auch ein bewusstsein sondern das ist durchaus damit kompatibel also es gibt auch durchaus innerhalb der naturwissenschaften vor allem innerhalb der neurowissenschaften theorien dazu natürlich konkurrierende theorien und das ist natürlich nach wie vor in diskussion und da ist das letzte wort noch lange nicht gesprochen aber also erklärungsansätze und theorien innerhalb des naturwissenschaftlichen frameworks wie was was das korrelat von emotionen von gefühlen ist und wie bewusstsein möglicherweise entsteht und von daher also darauf spielt das an dass wir eben also gerade so als gegenposition zu dem was man in der philosophie des geistes den dualismus nennen würde dass man eben zwei völlig voneinander getrennte reiche annimmt ja das reich der naturwissenschaften und der materie und dann irgendwie ein immaterielles reich des geistes weil sobald man das annimmt wie es eben der dualismus tun würde bekommt man eben eine menge von folgeproblemen wie dann muss man erklären wie wirkt dann die physikalische welt auf die geistige welt wie wirkt die geistige welt auf die physikalische also dann sozusagen das löst in wahrheit eigentlich keine keine kein problem und beantwortet keine frage sondern wirft eine reihe von follow-up fragen auf die man dann beantworten muss und das ist mit diesem zitat sozusagen auf den punkt gebracht ein sehr komplexes und breit gefächertes themengebiet dem wir uns heute etwas annähern wollen es geht in dieser folge ja im fokus um die mögliche vernetzung von KI und Hirnforschung und bei letzterem bleiben wir kurz und schauen uns unser gedächtnis einmal genauer an wir müssen hier zwischen verschiedenen arten unterscheiden sensorisches gedächtnis kurzzeit gedächtnis arbeitsgedächtnis und langzeitgedächtnis bestimmte begriffe die du schon mal gehört hast was ist aber jetzt was und wie unterscheidet es sich beginnen wir beim sensorischen gedächtnis also das sensorische gedächtnis das ist modalitäts spezifisch wie man sagt das bedeutet das ist innerhalb der verschiedenen sensorischen modalitäten die es gibt hören sehen aber auch zum beispiel schmecken oder tasten sind verschiedene sinness systeme und das sensorische gedächtnis ist letztlich eine vorübergehende aktivierung von nervenzellen in innerhalb dieses sensorischen systems also das ist dauert nur sekunden bruchteile bis wenige sekunden und das ist einfach sozusagen der momentane wahrnehmungseindruck der über die sinnes der von der welt über die sinnesorgane ins nervensystem reingeht und das ist mit sensorischem gedächtnis gemeint also das ist wirklich nur sehr also da findet noch kein abspeichern oder noch keine besonders tiefe verarbeitung statt sondern das ist am ehesten vergleichbar mit wenn sie eine handy kamera haben oder eine digitalkamera und machen ein bild dann haben sie vorübergehend auf dem auf dem sensor sozusagen für jedes pixel eine aktivierung und das würde dem sensorischen gedächtnis entsprechen vielleicht kennst du ja auch folgenden moment du bist nach jahrzehnten mal wieder zurück an einem bestimmten ort an dem du als kind oder jugendlicher warst schule arzt oder so du öffnest die tür des gebäudes und ein bestimmter geruch steigt dir in sekunden schnell in die nase zack das bestimmt sofort erinnerung an diese zeit oder so ging es mir jedenfalls als ich nach jahren mal wieder an meiner grundschule war das ist dann definitiv langzeitgedächtnis weil hier geht es ja darum eindrücke und erinnerungen auf die jahrzehnte zurückliegen zu reaktivieren also das ist dann ganz klar die domäne des langzeitgedächtnisses und dass das mit dem gerade mit geruchswahrnehmung verbunden ist es sehr interessant also zum einen liegt es natürlich an der umgebung das ist einfach wenn sie in einem bestimmte in einer bestimmten umgebung sind eben in den gebäuden oder in den entsprechenden räumen dann werden das dient sozusagen als trigger fürs gehirn um auf die entsprechenden damit verknüpften gedächtnisinhalte zuzugreifen und die wieder zu reaktivieren also das kann man sich vorstellen wirklich wie einen schlüssel und so bestimmte umgebungen wirken eben besonders gut als schlüssel und besonders gut würden tatsächlich auch charakteristische gerüche das liegt insbesondere daran dass der geruchssinn der hat eine besonderheit das ist nämlich der einzige sinn des menschen der ohne den umweg über den sogenannten thalamus direkt in die großhirnrinde geht also normalerweise gehen alle sinnessysteme egal ob wir sehen hören schmecken tasten das geht immer durch den thalamus der auch der pförtner des bewusstseins genannt wird das heißt das ist im grunde genommen eine große filterstation und der filtert 90 bis 95 prozent von dem was er kriegt einfach weg weil wir sonst völlig überladen wären mit mit sinnes eindrücken und mit dem was so täglich und die ganze zeit auf uns einprasselt und der geruchssinn hat jetzt eben genau diese besonderheit dass er diesen thalamus umgeht und der geht direkt ins großhirn und direkt dorthin wo das langzeitgedächtnis gebildet wird das ist das besondere daran und deswegen funktionieren charakteristische gerüche besonders gut als schlüssel als trigger um langzeiterinnerungen dann wieder zu reaktivieren schauen wir noch auf das arbeitsgedächtnis das ist ein psychologisches konstrukt es handelt sich hier um ein konzept oder konstrukt aus der kognitionspsychologie wie wir über eine längere zeit also multimodal über sekunden oder minuten hinweg informationen so sozusagen online halten können im kopf unter abwesenheit der eigentlichen sinneseindrücke also wir sehen wie komplex allein schon das gedächtnis für uns arbeitet noch komplexer wird es dann wenn die sprache noch dazu kommt kann man schön an einem experiment sehen ein pharao hatte seinerzeit zwei babys mal an einen hirten weitergegeben und dem hirten wurde verboten mit dem babys oder dann den kindern später zu sprechen man wollte nämlich sehen wie kinder an sprache herankommen hat jetzt nicht so ganz geklappt das experiment seinerzeit heute ist man ein bisschen schlauer was im gehirn passiert wenn es um sprach erwerb geht also gehirn ist wahrscheinlich die komplexeste kognitive fähigkeit des menschen die tatsächlich praktisch alle teilbereiche des gehirns in anspruch nimmt dass sie wirklich dann in echt zeit die gesprochene sprache die kodieren können auch schon wieder voraus planen können den nächsten satz und wie sie jetzt als nächstes dann darauf antworten auf eine frage also da spielen wirklich alle bereiche mit rein kurzzeit gedächtnis langzeit gedächtnis aus dem sie dann semantisches wissen und weltwissen abrufen müssen in echtzeit aber auch so was wie sie müssen interpretieren wie ist denn jetzt tatsächlich die sprachliche äußerung meines gegenübers gemeint ja also da geht es dann so um theory of mind und natürlich auch die ganz basale sensorische verarbeitung die die schallwellen müssen dekodiert werden die akustischen muster müssen übersetzt werden erstmal in phoneme was so die grundlegenden lauteinheiten der sprache sind die müssen dann kombiniert werden zu größeren konstrukten wie silben oder ganzen wörtern und dann letztlich zu sogenannten konstruktionen das sind also form bedeutungspaare also das können einzelne wörter aber auch ganze satzfragmente oder ganze sätze sein so feststehende begriffe oder feststehende idiome und all das muss im grunde parallel und in echtzeit ablaufen und das hat viel mit vorhersage zu tun da arbeiten also vorhersage mechanismen aus auf den verschiedensten abstraktions und hierarchie ebenen die ständig versuchen vorherzusagen was höre ich als nächstes was passiert als nächstes welches wort kommt als nächstes und dann aber auch schon auf der höchsten ebene wie muss ich jetzt meine eigene antwort auf den momentan wahrgenommene frage formulieren da plane ich dann schon voraus also da geht es dann auch um diskurs und um kontext und ja also wie gesagt da ist gedächtnis aufmerksamkeit sensorische verarbeitung alles wirklich mit involviert also das ist so das mit das komplexeste was im gehirn leisten kann tatsächlich versuchen wir jetzt mal die zwei themenbereiche hirnforschung und ki miteinander zu verbinden im ersten augenblick vielleicht etwas kompliziert ist es aber eigentlich gar nicht man kann sich das relativ einfach klar machen wenn man sich überlegt was ist denn das ultimative ziel der ki-forschung und dann das ultimative ziel quasi so der heilige graal der ki-forschung wäre ein künstliches system das fähig ist zu wahrnehmung kognition und verhalten auf menschlichem niveau oder vielleicht sogar darüber hinaus und wenn man sich auf der anderen seite anschaut was ist denn das ultimative ziel des der neurowissenschaften also der hirnforschung und dann sehen wir dass es natürlich sozusagen wahrnehmung kognition und verhalten zu verstehen wie das im gehirn implementiert ist daraus sehen wir schon dass die ziele sind komplementär zueinander und das ist dann der brückenschlag das heißt wir haben ja schon ein sehr hoch entwickeltes informationsverarbeitungssystem in unseren köpfen dass all diese dinge die jetzt die heutige ki noch nicht leisten kann schon leistet und deswegen ist es eben eine gute idee im gehirn nachzuschauen versuchen zu verstehen wie es da realisiert ist wie es funktioniert das quasi zu reverse engineeren und dann die erkenntnisse und die prinzipien und mechanismen die man dabei aufdeckt die dann zu verwenden um die nächste generation von ki systemen zu bauen die dann eben noch besser sind und über das hinausgeht gehen was wir derzeit haben einen game changer in der ganzen thematik gibt es schon und viele von uns haben das wahrscheinlich auch schon mal genutzt nämlich jet gpt ein einzigartiges system ein künstliches system welches sprache auf menschlichem niveau produziert eigentlich eine meiste leistung wenn man das alles im hinterkopf hat was wir bisher gehört haben das hatten wir bisher bisher noch nicht weil sie sprache ja dadurch eigentlich kennzeichnet dass wir menschen die einzige spezien sind die uns ja in unserer art und weise wie wir miteinander kommunizieren auch verstehen und das ist auch eigentlich das besondere dabei das ist zum einen natürlich aus philosophisch ethischer sicht hochinteressant weil das natürlich die nächste große kränkung sozusagen der menschheit ist ja nach der kopernikanischen kränkung wir sind nicht der mittelpunkt des universums der darwinchen kränkung wir sind eben nicht die spitze der evolution und stammen letztlich nur vom affen ab und sind auch nur ein tier und dann könnte man noch die freudsche kränkung mit dazu nehmen dass wir eben sehr trieb gesteuert sind und vieles im unterbewussten abläuft und dann wäre das jetzt die nächste die kri kränkung dass wir eben gar nicht alleine sind und dass unsere fähigkeit sprache zu verstehen zu benutzen und zu produzieren eben gar nicht so einzigartig ist offensichtlich also das ist der eine aspekt der andere aspekt ist dass das natürlich jetzt zum game changer in der neurowissenschaft geworden ist weil jetzt können sie versuchen die mechanismen von sprachverarbeitung zu verstehen nicht nur untersuchen indem sie echte lebende gehirne untersuchen sondern indem sie diese ki systeme diese großen sprachmodelle diese large language models wie chat gbt untersuchen die haben natürlich zwei entscheidende vorteile im vergleich zu lebenden gehirnen sie können zu jeder zeit alle internen parameter mit beliebiger genauigkeit auslesen also davon sind wir noch technisch jahrzehnte entfernt dass wir das gehirn so detailliert auslesen können mit unseren bildgebenden verfahren und das zweite ist sie können natürlich an diesen ki systemen jetzt auch experimente durchführen letztlich sogar also wie ein neurowissenschaftler experimente durchführen und schauen was dann passiert experimente die an lebenden gehirnen aus technischen oder ethischen gründen undenkbar wären also das sind deswegen hat sich ist das jetzt schon zum game changer geworden vorsicht ist natürlich geboten bei der interpretation weil man es muss einem natürlich klar sein dass die jetzigen ki systeme zwar im grunde von dem gehirn und von der funktionsweise des gehirns abgeleitet sind aber momentan nur noch sehr lose etwas damit zu tun haben also man kann jetzt nur sehr schwer die einzelnen komponenten eines einer ki auf bestimmte bereiche des gehirns abbilden und umgekehrt deswegen muss man da sehr aufpassen dann mit der interpretation der ergebnisse die man auf diese art gewinnt aber es ist auf jeden fall eine sehr gute und neue reichhaltige quelle für die hirnforschung um neue hypothesen zu generieren und da sozusagen ein ganz neues spielfeld für neurowissenschaftler ein sehr komplexes thema dem wir uns heute versucht haben etwas näher zu widmen mehr dazu findest du im aktuellen buch von patrick kraus den du heute gehört hast ki und gehirnforschung heißt das alle wichtigen infos und links zum buch und zum autor findest du in den show notes show notes und das komplette interview ist ab jetzt auch auf youtube zu sehen auch hier findest du den link wo genau in den show notes